Jippie a jay, jippie a jay Wollen wir mal ganz kurz mal wieder einen Überweg verschaffen, was haben wir denn hier? Nur Lenfil gemacht Wir haben diese komische Anlage eingebaut, mehr nicht Ja, das ist nur für Lenfil Diese komische Anlage da Ach du Scheiße Ok Ja Wollt schon irgendwie Äh Ja Es muss, es muss Ja, wir müssten uns eigentlich erstmal irgendwie darum kümmern, dass wir so eine halbwegs vernünftige Stromproduktion irgendwie ankriegen Hier oben muss hier Power hin, ne? Zeugs Jaja, genau Aber Shit, ey Äh, wo sollte ich auch nochmal erweitern? Achso, stimmt, wir haben hier oben schon Hä? Was haben wir hier für'n Scheiß gemacht? Kann mal bitte einer kurz zu der Crushed Stone hier oben rein knallen? Bitte danke Äh, haben wir auch Core Stone? Ich weiß nicht Wood Processing 2 Oh Gott, das kann ja was werden, ey Okay Man kann mit diesen Liquifyern Keine Cellulose Fiber mehr machen kann Oh Gott Richtig Richtig Das überlebe ich nämlich die ganze Zeit Warte mal Cellulose Fiber Fiber Und ich weiß nämlich, aber ich glaube, dass die nämlich jetzt in einer normalen Fabrik gebracht werden So Cellulose Fiber So Rohholz Nein So Cellulose Genau Genau Die werden jetzt in einer normalen Fabrik gemacht Das heißt, wir brauchen normale Fabriken Das heißt, wir brauchen 29 Eisenplatten Ja, viel Spaß Ja, viel Spaß Wir haben 5 Ja Ich brauche Kupfer Und 4 Eisenplatten Für? Wood Processing 2 Ja, wir brauchen Wir sollten jetzt erstmal zusehen, dass wir schnell die 2 Fabriken basteln Sonst haben wir absolut gar keinen Strom mehr Ja Ja Ich bastel gerade ein bisschen Pellets, aber Wird nicht lang reichen Fuck, mein Landfill Wo baue ich auch noch mein Landfill? So Mal ein paar Pellets da reingeschmissen Ja Ja, es gibt jetzt auch komischerweise irgendwelche anderen komischen Fische hier Jellyfisch und Rochen Und Lewak Und Dorfflupp Und Fische Oh, es gibt tatsächlich noch Fische Lewak ist es denn? Lewak würde ich sagen Sind Rochen Ey, ich habe eine Insel gefunden Da kann ich 100 Holz erkriegen Ja, 100 Holz ist uninteressant Interessant sind die diese Trees, die du die du raus bekommst Weil mit diesen Trees, da müssten wir nämlich dann dieses Komische Triaboratum und sowas machen Aber das müssen wir jetzt erforschen Das kostet auch nochmal richtig viel Ja, ich bastel mich dann da mal langsam hin Also ich sage mal, bis wir diesen Baum da brauchen Dann Brauchen wir Warte mal ganz kurz Wir brauchen Woodprocessing Das heißt 200 280 rote Flaschen Ja, mir geht es ja nur um hier um das Holz, weißt du Das Holz kriegst du aber erst raus, wenn du den Baumstumpf in ein Triaboratum wirfst Ja Äh, ja Weil er sagt Er sagt mir hier erwartete Ressourcen 100 Holz Na gut, das kann natürlich auch sein, dass das jetzt mit der neuen Mod-Version geändert worden ist Weil hier stehen zwei Bäume drauf 200 Holz, weißt du Das wäre jetzt halt erstmal super praktisch Na gut, aus Holz kannst du ja nur die die Fasern machen, ne Ja, aber immerhin hast du dann genug Fasern erstmal, wa Äh, ich weiß nicht, kann man die weit Ja Für was braucht man Holz? Dafür brauchst du Zellulose Pipe? Nein Ach, eigentlich stimmt, aus einem Holz kriegst du vier Fiber raus Das haben sie auch erhöht Ich habe jetzt zweimal Holz Ja, ich kann direkt 200 Zellulose Fiber machen Ja gut, die kannst du ja allgemein machen Ja, aber Äh, 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 Forage Zellulose Fiber kannst du machen Ich kann die normalen Zellulose Fiber machen Dann haben wir davon 800 Stück Lass mich ganz kurz mal schauen, ob man mit Holz oder mit, mit, mit Wood Mit Rohr Wood, ob man da noch was anderes machen kann Ne, Zellulose Fiber oder Holz, ne, dann haut die durch Neunund, ach ja, 29 Platten brauchen wir Ach, ja Hier wollt wir die, die Desert Trees haben Dann schmeißt sie am besten mal irgendwo Irgendwo in eine Kiste Falls wir irgendwo eine Kiste haben Bau mal in eine Kiste, ja Richtig Ja, wie gesagt, ich brauche jetzt noch 5 Eisenplatten Dann könnten wir Oh, die Dings haben keinen Treibstoff mehr Ah, auch das noch Wir brauchen Treibstoff Sonst kriegen wir keine Ärzte mehr Bitteschön, ich hab dir mal Zellulose gegeben Zellulose gegeben Stiarit Und deinemig, ich geb dir mal Ich geb dir mal kurz ein bisschen Holz und Zellulose, ne Bleib doch mal stehen, Mann Ja, ich bin auch nicht Dynamik Ja, ich bin auch nicht Dynamik Äh, jetzt ergebe ich dir das halt Ist mir auch egal Ich kann euch beiden von Farben her nicht auseinander halten Dann brech ich mal das ganze Forage Zeug hier ab Und mach daraus mal Das andere Zeug Ach, Mist verdammter Ja, es wird auf jeden Fall interessant Haben wir noch Vliesbänder? Ich könnte dir eins anbieten Nehme ich Achso, stimmt, hier unten ist ja noch einer gar nicht angeschlossen Ja, deswegen Traumhaft Zwei Eisenplatten auch Naja, aber wir bekommen ganz schön viel Slack hier, wa? Ja, aber das Problem ist halt Ne, wieso? Ja, weil die Weil wir nicht genug Strom haben Dass die Dings vernünftig laufen Die bräuchten eigentlich mehr Mineralwasser irgendwie Ja Könnt ihr noch ein paar Steine machen, wenn ihr Steine braucht Ansonsten mach ich Lernfühlen Na gut, ich glaube Steine brauchen wir aktuell Nicht, oder? So und du machst aus Algen Das Zeug wieder Achso, und du machst aus Algen So und du machst aus Algen Das Zeug wieder ja wir brauchen mehr kabel da ja was brauchen wir brauchen ja die kommen ja da jetzt raus hoffe ich doch mal der produzierte hier schon weil die kommen wir jetzt wieder okay wir müssen da mal sowas im zwischenspeichern reinpacken wir haben absolut keinen strom das ist wahnsinn mach mal kurz ein bisschen strom nicht mit den feiern die feiern bringen gar nichts die haut dadurch bis zum geht nicht mehr ich will zwar da rein damit wir erst damit die angefeuert werden dass wir da und wenn es reinknallen können weiße wir haben ja auch kein guter dafür warum es auch gut processing bei wood pellets bringt eigentlich bräuchte diese zwei oder doch die zwei jahre bräuchten wir wir bräuchten strom wird mehr gut bereits kommen ich habe unserem netz gerade eben in kurzen energieschub geliefert das ist sehr gut wir haben ein bisschen energie bekommen wie viel hast du denn reingeschmissen drei auf jeder seite also sechs stück jetzt haben wir schon wieder neun hergestellt das hört sich doch mal gar nicht so verkehrt an ja jetzt haben wir zehn jetzt schmalen sie auf jeder seite nochmal fünf stück rein genau das heißt wir bräuchten jetzt dann halt rote flaschen um halt dieses wood processing durch zu bekommen um halt aus denen aus diesen pellets diese wood bricks zu machen und aus dem wood bricks charcoal ja ich mach mal ich versuche mal kurz ein rotes flaschen zu machen da fehlen mir noch zwei kupferplatten für aber für kupfer ich brauche hier unten wood pellets warte 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 wo bist du shoppen mal hier alter ist ein kupfer sammler oder was naja kupferplatten nein 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 wir kriegen keine ressourcen mehr ran ja shit weil ja da müssen Ah, brauchen wir auch noch. Normalerweise müssten wir oder bräuchten wir hier deutlich mehr von den Fabriken für Pellets und sowas. Können wir schon schnell aber können wir auch noch nicht. Okay, dann kommst du jetzt doch wieder weg. Dann bekommst du jetzt hier einfach erstmal einen Zusatz zum Zwischenspeichern. So. Wir bräuchten eine zweite Fabrik. Beziehungsweise zwei Fabriken. Okay, war es jetzt hier schon mal ein bisschen was. Hey, lass mir die Steine hier sind auch noch Elektromagnetcoils drin, ne? Die du für die Flaschen brauchst. Hab ich da reingelegt. Die Frage, wo wohin erweitern wir jetzt? Beziehungsweise was brauchen wir als nächstes? Zellulose. Aus grünen Algen? Aus T... Alter, was ist das denn? Aus Tianaton. Aus was für'n Quatsch kann man nicht essen? Oh, da im Ofen waren 5 Wood Pellets drin, Alter. Ach du Scheiße. Ja, nee, das ist Desert... Das ist Desert Tree. Da haben wir noch keine Chancen. Da haben wir noch absolut keine Chancen. Wir hatten alle drei dasselbe vor wie ich, oder? Mal eben kurz ein bisschen Dampf hier machen, oder? So, 160. Ich bin gerade Fett am Pellet zu verhaften. Da haben wir viele ordentliche Portionen. Ja, das ist... Ja, das ist... Wenn es fertig ist, ist einiges rein. Aber es dauert halt. Opa, hast du noch mal kurz ein paar... ...Pupferplatten für mich? Ja, hast du mir die dir gegeben? Ja. Aber ich schmeiß die hier unten auch mal nicht mit in die Kiste rein. Ja, das Wood-Processing will die irgendwie nicht, ne? Ja, das braucht 80 Flaschen, ne? Was? Einmal Wissenschaftspaket 1 braucht das Ding? Ja, mal 80 dahinter. 80 Stück brauchen die. Oh. Das ist ein bisschen mehr noch. Aber da ist ja, das고요. Sonter Ich, ja, ja, ja... ... 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 Energie besorgt, ne? Er verheizt die Dinge aber auch, wie nichts gut ist, was? Wir müssen doch irgendwie gucken, dass wir da so halbwegs eine Produktion hinbekommen. Ja, sie haben sich aufgefüllt mit Dampf. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Strom. Ich hab da zehn, ich hab da auf jeder Seite sechs Stück reingesteckt, acht Stück reingesteckt. Oh ja, ein bisschen, ein bisschen Strom haben wir. Ja, ich dachte gerade so, 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 ungefähr hundert Stückchen. Ich hab mal 50 rein, dann muss ein bisschen mehr Strom. Mhm. Pass auf, wir müssen, ich stelle jetzt mal die Steine aus. Dass wir jetzt einfach mal, ähm, dass das Leck mal hier voll läuft, dass wir einfach mal ein bisschen weniger Strom verbrauchen, dass wir jetzt erstmal komplett nur auf Erze gehen, dass wir halt das Zeug relativ zügig durchbekommen. Und wie gesagt, das ist ein Spanballstrom. Weil diese Dinger fressen. was wir jetzt noch mal weiter escape, Vielen Dank.